Hallo, hier bin ich wieder, euer Kochshaar Kingsnack. Beratet euch wieder das Gameover vor. Heute Senf-Sesam-Schnitzel mit Pommes, Apfelstücke und Zwiebelstücke. Lasst euch das Rezept auf dem Tisch. Bei jeder Vorbereitung immer gut die Hände waschen. Ich konnte mich nicht entscheiden zwischen Barbecue-Schnitzel und Senf-Schnitzel. Nur dachte ich so, komm ich mach doch beides. Schnitzel Nummer 1 wird mit Barbecue gewürzt. Schnitzel Nummer 2 mit Senf eingelegt. Dann wird Sesam paniert. Der Schnitzel wird so eingelegt. Dann lege ich das Schnitzel mit Barbecue und Mehl ein. Dann wird das Schnitzel noch normal paniert. Schmeißt eure Herdplatte an. Schiebt die Pfanne auf eure Herdplatte. Dann wartet bis das Fett heiß ist. Schmeißt euer Schnitzel in die Pfanne. Lasst euch das Rezept auf dem Tisch. Frisch und lecker und Mahlzeit, meine Lieben. Ich wünsche euch noch einen entspannten Sonntag.